Bites kommunistische eine Person aus. Warum hier sind sie denn gespielt? Jake. Notice die Uhr aus dem, was logistan wir hier. Das ist jetzt kein Zeustrupp. Frist gebr hacerlo! disasters des Raven. Nein, 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 nein! Wir bleiben hier noch auf den Frauen drauf, auch hier noch eine spannende Entscheidung. Ich werde dann nachher noch Interviews geben mit den Gewinnern. Vielen Dank. Aarau leidet nicht schlecht, zweimal im Haus, im Center-Guard. Aarau, 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 Aarau. Aarau, Aarau, Aarau. Aarau, 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 Aarau. Aarau, Aarau, Aarau. Moist natürlich weg. Aarau, Aarau, Aarau. Aarau, Aarau, Aarau. Aarau, Aarau, Aarau. Aarau, Aarau, Aarau. Aarau, Aarau. Aarau, Aarau, Aarau. Aarau, Aarau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und auch hier eine klare Ansage von Alina Sie will auf den gerade gespielten Steinen der Silvana drauflegen Jetzt stehe ich auch bei den Frauen Sie ist losgegangen Sie sieht kontrolliert aus Sie ist losgegangen Sie sind losgegangen Sie sind losgegangen Jetzt kann man auch hier etwas lernen Applaus Wie ist er angedeutet? Wie ist er angedeutet? Die Spiele sind vorbei. Herzliche Gratulation nach Baden und Bern, aber noch nicht ganz. Das ist unser Broadcast fertig. Wartet noch ein paar Minuten. Es gibt jetzt noch ein Interview mit den beiden Siegerskippern Alina Petz und Marc Twister. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wichtig ist es. Für mich? Das war's für heute. Das war's für heute. Wir haben einen Einzelnen. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.